Ansonst kann ich euch sagen, die Ferien... Na, es war also... Ich war im Mittelmeer, das heißt, ich war natürlich auch auf einer Insel. Und zuerst gleich, zu Beginn der Sendung, möchte ich die Schweiz mal richtig grüßen. Im Ferien habe ich viele Menschen getroffen, besonders in der Schweiz. Grüezi! Und die haben gesagt, Clip ist gut, gefällt uns. Und damit es so bleibt, fangen wir auch gleich an. Bruce Springsteen, born in the USA. Das hat man schon mal gebracht. Stanley Clark hat eine Cover-Version davon gemacht. Und die ist super affen, also die ist ungeheuer gut. Und die bringen wir jetzt. Born in the USA. Stanley Clark. Born down in a dead man's town. First kick I took was when I hit the ground. You end up like a dog. There's a beat too much, see, then have your life just cover it up. I was born in the USA. In the USA. Born in the USA. Born in the USA. Born in the USA. Born in the USA. I was born in the USA. 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 I put an automatic weapon in my hand. Sentin' me off to some foreign land too. Go and kill the young man. Cause I was born in the USA. Born in the USA. Born in the USA. Born in the USA. Ho, 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 ho. Ho, 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 ho. Come back home to the refineries. Iron Man's the sun. It was up to me. Ho, went down to see my VA man. He said, son, don't you understand? Had a run at K-Sung. Fighting off the Viet Cong. He had a woman that he loved and find out. She's still there. He's all gone. Down in the sounds of the penitentiary. Out by the gas fires of the refineries. I'm sitting gears burning down the road. Nowhere to run. Ain't got nowhere to go. Back home. Born in the USA. 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 I'm a hard rockin' dad in the USA. Ha, ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Das war ein Ausschnitt aus dem Film Mad Max mit Tina Turner in der Hauptrolle, der Ende September zu uns in die Kinos kommt. We don't need another hero. Ich mag auch keine Helden. Aber jetzt kommt zu uns. Singt und tanzt. Frisch rasiert und clean wie Michael Jackson. Prince. Dafür aber bunt und farbig, wie die 60er Jahre waren. Prince. Das ist der Schlussroller von einem Video, was wir euch gleich zeigen werden. Guttley und Cream haben es gemacht. Da kommt das reinste Chaos auf euch zu. Sie nennen es Scratch-Mixing, wie damals die Schallplatten gescratcht wurden. Also es ist eigentlich so, als wenn man zu Hause im Bett sitzt, die Fernbedienung hat und 20 Cent auf einmal durcheinander schaltet. Also springt nicht leicht zum Apparat, wenn jetzt Howard Jones mit Live in One Day zu euch ins Zimmer flimmert. Thank you very much indeed. You've probably all seen the wonderful Howard Jones Video called Life in One Day. We're not going to show you that video because we've got him here right now. Here he is, Howard Jones. We're not going to show you that video. We're not going to show you that video. Don't go feed your drummer. Don't go feed your drummer. Don't go feed your drummer. The new old man said to me, said you can't change the world single hand of you. Raise the glass. Ok, Dave. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Get on down! Get on down! Don't go speed your time away Try and fight one There it is, that's Howard Jones there, life in one day, but right now I try to live my life in one day, don't go speed your time away Don't try to live your life in one day James Bond Bösewicht Zorin will Silicon Valley vom Meer überfluten lassen, aus Konkurrenzgründen Das kann er sich ruhig sparen, denn die Realität hat James Bond längst überflügelt Silicon Valley beginnt nämlich von unten zu faulen 80% aller Chemikalientanks der Mikrochip-Hersteller sind undicht 100 verschiedene giftige Chemikalien verseuchen das Grundwasser An der Entstehung eines Chips sind ca. 3500 chemische Substanzen und Gase beteiligt Das Santa Clara County war früher die Pflaumenplantage der USA Und die angeblich saubere Computerindustrie wurde mitten in Wohngebieten angesiedelt Nun haben die Chip-Hersteller ihre Umwelt- und Wachstumskrise Was das alles mit Musikvideos zu tun hat? Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 closing in �έλigen irют Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020